hmm habt ihr euch eigentlich schon immer mal gewundert wie wohl bei mir das leben abläuft nein nein was meinst du mit nein okay nachdem ich mich jetzt gerade eben beruhigt habe wieder nach meinem wutanfall sage ich euch jetzt einfach mal wie bei mir das leben abläuft ja anfangen tut mein tag natürlich mit dem aufstehen und wie jeder andere mensch steht ganz normal auf dann bereite ich mich für die schule vor dann bin ich in der schule würde ich schreibe etwas hier versuche zu haben können sie mir das erging erkläre hier ich weiß nicht was du daran verstehe ich meine leichte aufgabe weiß was leck mich du wirst du mir auf die kacke hier ähm Tobi hey hey es ist noch nicht unterrichtsende komm ich nach hause von der schule natürlich brauche ich erstmal lecker mittagessen natürlich wie werdet jeder weiß meine tägliche dosis eistee dann mache ich meine hause aufgaben ja so hier dann zock ich noch ein wenig oh junge oh junge jetzt komm halt her ich glaube denn die ganze zeit hinterher so kann sich selber verbrauchst glatt ja fick dich kumba Fick dich! Putz mir auch mal, immer mal wieder, auch mal die Zähne. Und... Geh aufs Klo! Ach, mach ich Heia. So, das war mein Tagesablauf. Auf jeden Fall wie bei jedem anderen Menschen natürlich auch, ganz normal, so wie auch bei mir. Viele sagen, ich bin ein total verrückter Kerl, bin ich aber nicht. Ich hab genau ein gleiches normales Leben wie ihr auch alle. Ihr steht auch so auf wie ich. Ihr esst so wie ich. Ihr geht so zur Schule oder zur Arbeit oder sonst irgendwas. Und macht alles das andere auch. Vielleicht mal nicht zocken oder so, aber sonst eigentlich, ganz normal, eigentlich auch so wie ich. Und falls irgendwas anders bei euch sein sollte, dann seid ihr, wenn dann verrückt und nicht ich, okay? Also, nee. Falls irgendwas bei euch anders sein sollte, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, mich interessiert es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye Leute! Bye Leute! Bye Leute! Das war doch.